Herzlich Willkommen, mein Name ist Tom Oberbichler von be-binder-wonderful.com und ich habe heute die Ricarda Lacher zu Gast von wegezurklarheit.com. Die Ricarda, was uns zusammenführt, ist, ich bin Buchmentor, die Ricarda ist Beziehungscoach und Mentaltrainerin. Sie sagt, die Ricarda, ihr Claim ist, ich verhelfe Menschen zu einer glücklichen Beziehung. Und das Ganze hat unter anderem jetzt dazu geführt, dass die Ricarda ein Buch geschrieben hat, Liebe im Alltag. Mit Selbstwert zur glücklichen Beziehung. Und die erste Frage, die ich an dich habe heute, Ricarda, ist, wie bist du überhaupt dazu gekommen, dieses Buch zu schreiben? Es hat so oft, also wie so oft begonnen bei einem Mädelsabend. Wir waren so vier, fünf, sechs Mädels und eine hat angefangen, sich über ihren Mann zu beschweren. Und dann kam die nächste. Und es war dann irgendwie eine große Beschwerde und es war sehr schnell klar, wenn sich die Männer ändern würden, dann wäre ja alles ganz easy, was natürlich auch stimmt. Aber in dem Moment habe ich mir gedacht, so, und jetzt muss ich ein Buch schreiben. Nämlich, wie komme ich mit Selbstwert zu einer erfüllten Beziehung? Und ja, am nächsten Tag habe ich begonnen zu schreiben. Yes. Und was für ein Buch wartet denn da? Ist das so ein reines Sachbuch? Ist das so etwas Praxisnahes, ein Ratgeber? Was hast denn du da, wie hast du das Buch gemacht? Was wartet da auf die Menschen? Es ist ein Sachbuch, es ist ein Praxisbuch, es ist ein Ratgeber. Das heißt, ich führe einmal durch die unterschiedlichen Arten von Liebe, weil Liebe verändert sich. Und dann gehen wir ganz, ganz konkret an die drei Hauptprobleme in den Beziehungen. Ich nenne das die drei bösen Schwestern, nämlich die Langeweile, die Unzufriedenheit und die Überforderung. Da gibt es Input von mir, es gibt Fragebögen, es gibt Checklisten und somit hat man einfach alles, was man braucht, um den Status quo der eigenen Beziehung zu verbessern. Und du schöpfst ja dabei auch, ich kenne ja das Buch ein bisschen, du schöpfst ja dabei schon auch ganz stark aus deiner Erfahrung, nicht nur aus deiner Lebenserfahrung, sondern aus deiner Arbeitserfahrung. Ja, genau. Also ich sage mal, ich habe immer alles, was ich in 15 Jahren eigener Ehe für mich und auch für meinen Mann erarbeitet habe und was wir ausprobiert haben. All das, was gut funktioniert hat, all das ist in diesem Buch, was nicht gut funktioniert hat, das habe ich beiseite lassen. Und ja, auch die Arbeit mit meinen Klientinnen und mit den Klienten, all das ist eingefroßen. Du, du hast jetzt eh schon ein bisschen einen Einblick gegeben in das Buch. Was ich jetzt noch abschließend von dir wissen mag, ist, für wen ist das Buch jetzt geeignet? Welche Personen sollten jetzt, sobald das Buch veröffentlicht wird, gibt es natürlich unter dem Video hier einen Link zum E-Book und zum Taschenbuch auf Amazon. Bis dahin empfehle ich dir, wenn du zuschaust, bei der Rekada bei Wege zur Gleit.com vorbeizuschauen, dich für die Newsletter einzutragen. Dann bist du da bei den Ersten dabei, die mitbekommen, sobald es rauskommt. Für wen ist es jetzt genau richtig, dieses Buch zu nehmen? Wer braucht das? Wer ist die Person oder die Frau? Es ist, genau, es ist ein Buch für Frauen geschrieben. Mein Geschenk an die Männerwelt ist, dass es sich für die Männer auszahlen könnte, es ebenfalls zu lesen. Mein Mann hat das gleich erkannt und hat gesagt, das wird ein Geheimtipp für Männer. Aber von meinem geistigen Auge sehe ich Frauen. Es sind Frauen, die schon seit längerem in einer Beziehung sind. Ein paar Jahre in einer Beziehung sind und wo sich halt langsam und am Anfang durchaus unbemerkt ein bisschen Unstimmigkeiten eingeschlichen haben. Cool. Also ich kann nur von meiner Seite unterstreichen, auch was der Mann gesagt hat. Es ist sehr interessant, mal die andere Perspektive auch zu hören. Und ich denke, das wird für viele Frauen sowieso auch ein praktischer Leitfaden werden, den du dann in die Welt bringst. Liebe im Alltag mit Selbstwert zur glücklichen Beziehung von Rekada Lacher demnächst auf Amazon erhältlich. Und ich denke, das wird für viele Frauen geschenkt.